Ach ja, in My Little Farmies kann man so richtig entspannen. Nur nicht heute. Halloween, der gruseligste Tag im Jahr, steht uns kurz bevor. Damit die Häuser deiner Dorfbewohner nicht mit Eiern beschmissen werden, gibt es ein finsteres Halloween-Event in My Little Farmies. Erschaffe mithilfe der gruseligen Deko ein wahres Hexendorf. Die normalen Bäume verwandeln sich in gruselige Hexenbäume, die farbenfrohen Büsche sind den Dämonenstatuen gewichen, inmitten der Dorfbewohner streifen fliegende Hexen umher und ziehen in ihr Hexenhaus ein. Und statt des Marktplatzes finden wir nun einen Hexenplatz, auf dem schaurige Sachen passieren. Mit diesen und noch vielen weiteren schaurig-schönen Dekorationen sammelst du Gespenstern. Dafür, dass du die Hexen in deinem Dorf duldest, erwarten dich am Ende der Aktion, neben dem Goldbooster, auch Kartenteile für das Füllhorn. Das Füllhorn ist ein Weltwunder und schenkt dir alle 6 Stunden ein oder mehrere Produkte. Ich wünsche dir ein schaurig-schönes Halloween und bis zum nächsten Mal. Wenn du weitere Videos zum My Little Farmies sehen möchtest, dann klickst du auf den linken Knopf. Um My Little Farmies kostenlos zu spielen, klickst du auf den mittleren Knopf. Und wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, dann klickst du auf den rechten Knopf.